Hallo Adrian, wie geht's dir heute so? Wie kann ich klangen? Bestes Jahr. Etwa. Wie bist du zu anders gekommen? Das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Nee, eigentlich gar nicht so lustig. Ich habe damals schon in ziemlich vielen A Cappella-Projekten mitgemacht an der Hochschule. Und unter anderem mit Fabi, der bis vor einem Jahr ungefähr auch bei uns Bass war. Und ihr habt zuerst Fabi gefragt, auf irgendwelche Weise. Und ich habe vorher mit Fabi gesungen und dann hat Fabi mich vorgeschlagen. Und dann habe ich vorgesungen und irgendwie hat es dann nach ein paar Monaten Bedenkzeit geklappt. Sofort. Was ist deine Rolle bei Anders? Ich singe und ich darf mich um die Web-Präsenz kümmern. Außerdem arrangiere ich hin und wieder. Und dann sonstige Aufgaben, die wir noch nicht so fest verteilt haben. Grafische Arbeiten mache ich auch öfter. Welches Erlebnis mit Anders wirst du nie vergessen? Ich fand den Fernsehauftritt bei der St. Ingberter Pfanne schon sehr schön. Und auch auf jeden Fall Graz. Das, ich glaube, da erinnert sich jeder von uns sehr gut dran. War eine geile Zeit. Was war in Graz? Der Wettbewerb Vokaltotal, an dem wir abgestaubt haben. Was war dein peinlichster Bühnen-Moment? Och, das eine Mal, als ich den Text vergessen habe. Was macht Anders so anders? Wir machen unsere eigene Popmusik auf Deutsch. Und das machen wir unter anderem A Cappella. Aber das ist nicht unbedingt das, was uns zu 100% ausmacht. Also wir machen vor allen Dingen Popmusik zu fünft. Und unser Instrument ist die Stimme. Was macht gute A Cappella-Musik für dich aus? Abwechslungsreich. Also im Prinzip, das ist voll die scheiß Frage. Weil im Prinzip einfach nur normal gute Musik, ob Popmusik oder klassische oder Jazzmusik, ist ja im Prinzip egal. Hauptsache im Vordergrund steht nicht so sehr, dass es A Cappella-Musik ist. Was wünschst du dir für Anders im nächsten Jahr? Ganz viele Konzerte. Und coole neue Songs. Aber da sind wir ja dran. Wo hat Anders noch das größte Entwicklungspotenzial? Also die Band-Interne-Kommunikation ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Und ich würde sagen, Projektplanung, da könnte auch noch was passieren. Aber das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau.